Hey, willkommen zu einem neuen Minecraft Forge Modding Video. In diesem Video geht es jetzt nicht so direkt ums Coden, aber um Sachen, die wir für unsere Mod machen wollen. Und zwar um Crafting-Rezepte und Ofen-Rezepte. Das ist in der 1.13 komplett über Jasons oder Data-Packs, kann man sagen, geregelt. Denn an sich hat unsere Mod automatisch ein eigenes Data-Pack an unserer Ressource-Pfad, also das heißt unser Mod-ID an sich. Und ja, da können wir dann Rezepte reinpacken, können da auch Tags verwenden, das werde ich aber im späteren Video irgendwann mal erklären, was das ist. Und ja, an sich ist das genauso, wie man ein Data-Pack macht. Und ja, nur dass wir halt dann hier statt Minecraft zum Beispiel unsere Mod-ID-Doppelpunkt hinschreiben müssen. Ja, das werden wir aber auch direkt anfangen. So, ich habe jetzt drei verschiedene Sachen geöffnet, und zwar die drei Sachen, die wir machen werden. Und zwar ein Shaped-Crafting-Rezept, ein Shapeless-Crafting-Rezept und ein Smelting-Rezept. Und zwar findet man die unter Client-Extra wieder, und da muss man runterscrollen, und zwar unter Data.Minecraft.Recipes. Und da findet man die, da muss man halt ein bisschen suchen, bis man die richtigen Rezepte hat. Ja, könnt einfach nachschauen. Könnt auch einfach genau das hernehmen, weil das sind genau die Sachen, die wir machen werden. Davon werden wir dann auch nämlich größtenteils den JSON-Code kopieren. Gut, wo müssen die hin? Und zwar müssen die unter Source-Mine-Ressources wieder rein, dann machen wir ein neues Package. Und zwar, das Package muss heißen, Data.Dot, dann unsere Mod-ID, das heißt Tutorial-Mod in unserem Fall, Punkt, und dann Recipes. Genauso geschrieben. Und das natürlich durch eure Mod-ID ersetzt. So, dann erstellen wir das, und dort können wir jetzt JSON-Dateien reinpacken, egal wie die heißen. Das ist komplett egal. Und da können wir dann Rezepte reinmachen. Natürlich sollten die JSON-Dateien vielleicht irgendeinen sinnvollen Namen haben, damit man weiß, was da drin ist. Normalerweise nimmt man das Item, was rauskommt. Das heißt, wenn wir jetzt hier ein Rezept erstellen wollen, um unser Item-Tutorial zu kreieren, nennen wir die JSON-Datei einfach Item-Tutorial oder so. So, das heißt, wir machen eine neue Datei, nennen die dann in unserem Fall zum Beispiel Item-Tutorial.json. Und kopieren uns einfach mal das, was in Anvil steht, rüber. Können dann den schließen und fügen das hier ein. So, natürlich wollen wir nicht das hier haben, was da drin steht, sondern wollen das ein bisschen anpassen. Weil im Moment hätten wir einfach ein doppeltes Anvil-Rezept hinzugefügt. Das heißt, ja, wir hätten einfach nichts gewonnen dadurch. So, erstmal können wir das Pattern hier anpassen. Und zwar das Pattern hier sagt, wo die Sachen im Crafting-Rezept sind. Und zwar sieht man hier, ist hier dieses große I. Das sind halt wie so eine Art 3x3-Crafting-Feld. Das heißt, in der obersten Reihe müssen die Items oder die, ja, Ingredients rein, die mit dem großen I verbunden sind. Und das ist in dem Fall eben Eisenblock, wie man hier sieht. Das heißt, das große I wird auf den Eisenblock hier, ja, abgebildet. Bei dem kleinen I ist es eben genauso mit dem Ironingot. Das heißt, an sich ist das ja wie so eine Art, hier schreibt man rein, was für Keys man da verwendet. Und hier definiert man dann, was das wirklich ist. Gut, ich würde sagen, wir machen das komplett einfach. Wir machen das jetzt einfach, keine Ahnung, D, D, D. D, D, Leerzeichen, D, Leerzeichen bedeutet einfach, da ist nichts. Also R oder so und D, D. So, wir machen jetzt einfach so einen Jadkreis oder so, dass in der Mitte nichts hin soll. So, da wir jetzt aber nur Ds haben, können wir hier das eine I weglöschen. Dann ist richtig, dass wir das Kommen hier hinten weglöschen, sonst gibt es ja nämlich einen Json Fehler, wie wir sehen. Und dann müssen wir den key durch D replaceen, weil wir haben jetzt keinen IKey mehr, sondern D key. Und jetzt können wir hier einfach ein Item angeben. Und zwar, ja, was wollen wir machen? Ich würde sagen, wir geben Minecraft Doppelpunkt Stone mal an. Das heißt, im Moment hätten wir ein Crafting-Rezept, wenn wir außenrum überall Stone legen, bloß in die Mitte von unserem Crafting-Feld nicht, dann hätten wir ein Anvil. Das wollen wir aber nicht, sondern wir wollen unser eigenes Item. Das heißt, hier müssen wir dann unser eigenes Item angeben. Und zwar, unsere eigenen Items sind ja unsere eigene Mod-ID. Das heißt, wir fangen an mit Tutorial Mod Doppelpunkt und dann den Registry Name. Und zwar in unserem Fall Item Tutorial. An sich ist das Ganze auch der Registry Name, denn der Registry Name beinhaltet an sich auch die Mod-ID. Aber ich meine unter Registry Name in den Videos größtenteils das hier, was hier hinten eben dran steht. So, jetzt würden wir genau ein Item rausbekommen. Das können wir natürlich auch umändern. Wenn wir zwei rausbekommen wollen, müssen wir natürlich einen Comment machen. Das ist im JSON-Format ebenso üblich. Dann schreiben wir einen Count hin und dann machen wir Doppelpunkt und dann können wir eine Zahl hinschreiben, zum Beispiel drei. Dann würden wir jetzt aus diesem Crafting-Rezept drei Item-Tutorials rausbekommen. So, damit haben wir das Shaped-Rezept, würde ich sagen, auch schon fertig. Das können wir dann schließen. Ihr könnt natürlich hier mehr Ingredients hinzufügen. Ihr könnt da rein turotisch neuen Ingredients hinzufügen und hier auch noch ein paar Sachen anpassen. Ihr könnt ja auch NBT-Daten, glaube ich, hinzufügen und so, aber da könnt ihr einfach nachgoogeln. Das ist einfach Data Packs. Das möchte ich jetzt eigentlich größtenteils nicht in den Videos besprechen, denn das hat nicht so viel mit Worten zu tun, sondern größtenteils eben, wie erstelle ich JSON-Dateien. Deswegen, ja, lassen wir das mal hier. Und wir gehen zur nächsten und zwar zur Shapeless-Crafting-Rezept-Methode. Und zwar, ja, machen wir dafür einfach, wir können aus dem Item ein Block craften. Ja, dafür machen wir dann einfach wieder eine neue JSON-Datei. Da das, der Output dann der Item-Block ist, nennen wir das einfach, äh, nicht der Item-Block, sondern der Tutorial-Block. Nennen wir das einfach Block-Tutorial.json. So, dann würde ich sagen, kopieren wir einfach, was hier drin steht drüber und fügen das mal hier ein. Also, die Ingredients, beziehungsweise die Shapeless-Crafting-Rezept-Rezept sind ein bisschen anders. Und zwar hat man jetzt nur eine Ingredient-Liste. Und zwar kann man da bis zu neun Ingredients angeben, die man in irgendeiner Reihenfolge im Crafting-Feld anordnen muss. Und, ja, dann bekommt man eben das, was hier als Result definiert ist, raus. Das heißt, wir können jetzt hier mehrere Ingredients angeben, wie hier ist jetzt nur eins angeben. Ich werde das auch bei einem lassen. Wenn ihr mehr anzufügen wollt, könnt ihr das einfach hier mit Komma, macht ihr das. Und dann könnt ihr ein neues Ingredient angeben, das heißt Item, zum Beispiel Item, Doppelpunkt und dann hier irgendwas hinschreiben. So hättet ihr dann mehrere Ingredients. Ich lasse das jetzt aber und mache hier aus dem Ingredient unseren Item Tutorial. Das heißt wieder Tutorial Mod, Doppelpunkt, Item Tutorial. So, dann als Besalt würde ich sagen, geben wir an, natürlich unseren Tutorial Blog. Das heißt Tutorial Mod wieder, Doppelpunkt, Blog Tutorial. Da wir jetzt aber hier nicht wollen, dass da mehr als eins rauskommt, können wir das Count einfach weglöschen. Ihr könnt natürlich auch eins schreiben, aber das hat genau denselben Effekt, wenn wir das einfach weglöschen. So, damit hätten wir auch unser Shapeless Crafting Rezept fertig. Und dann machen wir noch ein Schmelzrezept. Ich würde sagen, wir machen das, dass man den Blog wieder zu einem Item schmelzen kann von unseren Tutorial Items. Das heißt, die Datei können wir uns aber nicht mehr Item Tutorial nennen, die gibt es schon. Und deswegen nennen wir die jetzt, keine Ahnung, Item Tutorial unterstrich Smelting. Ist jetzt nicht so schön, aber naja, was soll man machen? Man kann halt zwei Dateien leider nicht komplett gleich nennen. Ja, dann kopieren wir uns, was hier drin steht, einfach auch rüber und fügen das hier ein. Und das Smelting ist jetzt ja relativ ähnlich und zwar in Ingredient können wir nur einen einzigen angeben. Äh, ich weiß nicht, hier kann man eigentlich eine Liste angeben, aber ich glaube, also das bringt nichts. Könnt ihr mal nachschauen in Datapacks, vielleicht kann man da eine Liste angeben, dass es dann auswählt oder so, da bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, äh, ja, hatte Ofen eigentlich nur einen Input-Slot, deswegen geben wir hier halt den Input an. Und zwar in unserem Fall soll das eben Tutorial-Mod-Doppelpunkt-Blog-Tutorial sein. Das heißt, unser Tutorial-Blog, wenn ihr andere Mods hernehmen könnt, könnt ihr das natürlich auch machen. Ihr könnt einfach eine Mod-ID hier angeben und dann den Registry-Name, beziehungsweise das hintere vom Registry-Name. So, das Result soll natürlich auch in unserem Mod sein, das heißt, Tutorial-Mod-Doppelpunkt-Item-Tutorial. So, Experience können wir jetzt hier noch angeben, wie viel Experience man pro Smelting-Vorgang bekommt, wenn man das rausnimmt. Äh, ich lasse das jetzt einfach mal so. Cooking-Time ist noch interessant, da kann man nämlich schnellere und langsame Craft-Rezepte machen, äh, beziehungsweise Schmelzrezepte. Wenn man es auf 200 lässt, ist das Standard, das heißt 10 Sekunden, das sind ja in Ticks. Das heißt, ja, 400 Ticks sind eben 20, das heißt 10 Sekunden sind eben die 200 Ticks. Ich würde sagen, wir machen das mal auf 20, dann sieht man nämlich schön, dass man da die Cooking-Time wirklich verändern kann von dem Ofen. Das heißt, man kann jetzt einfach schnellere Ofenrezepte machen und langsame, was ganz cool ist. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal kurz Minecraft und schauen uns das an. So, ich habe nun ja ein Crafting-Table, das heißt, ihn setzen wir hin. Das heißt, wir sollten jetzt aus Stein, wenn wir das so außen rum machen, unser Item bekommen. Bekommen wir auch, perfekt. So, wenn wir das Item jetzt irgendwo reinlegen, bekommen wir einen Block. Das heißt, hier können wir es reinlegen, hier, hier, egal wo, bekommen wir einen Tutorial-Block raus. Und diesen Tutorial-Block können wir jetzt wieder in einem Ofen schmelzen, den wir hinsetzen, mit Kohle bestücken und reinlegen. Und sehen, der schmilzt hier pro Sekunde uns ein Tutorial-Item. Das heißt, wir haben einen schönen, schnellen Ofen gemacht. Und ja, damit kann man ganz coole Sachen mitmachen, die man früher nicht konnte. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.